Man kennt die Fotos von den Robben, von den Möwen, die dann an Mikroplastik verenden. Nur der getrennt gesammelte Abfall kann auch dem Recycling zugeführt werden. Wir leben an einem Ort, wo wir uns selbst nicht versorgen können. Wir müssen also die Lebensmittel von A nach B transportieren. Ich bin auch überzeugt, dass wir irgendwann so eine Ressourcenknappheit haben, dass wir die Rohstoffe gar nicht mehr gehen lassen wollen. In den letzten Jahren ist uns immer klarer geworden, dass Müll zu einem richtigen Problem werden kann. Jeder kennt die Bilder von Meeresschildkröten, die sich in Plastiktüten verheddern oder Stränden, die unter Bergen von Verpackungen und Einwegprodukten kaum noch zu sehen sind. Wir sind hier übrigens gerade auf einer riesigen ehemaligen Müllhalde am Rande Dresdens. In dieser guten Frage wollen wir uns damit beschäftigen, was eigentlich mit unserem Müll passiert, nachdem wir ihn wegwerfen, auf welche Art wir Müllexporte künftig wirkungsvoll verhindern und wie nachhaltige Verpackungen der Zukunft aussehen sollen. Pro Kopf produzieren wir in Deutschland 632 Kilogramm Siedlungsmüll im Jahr und liegen damit deutlich über dem EU-Durchschnitt. Was mit dieser großen Menge passiert und wie viel davon wirklich recycelt werden kann, das will ich jetzt am Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft in Pirna herausfinden. Hier gibt es eine Abfallsortiermaschine, an der Studierende und WissenschaftlerInnen Versuche durchführen. Und da treffe ich gleich Professorin Christina Dornack, die ausgewiesene Expertin für Müll und Recycling ist. Was ist eigentlich alles Müll? Also welche Arten unterscheidet man da? Ja, es gibt wirklich verschiedene Arten von Müll. Da haben wir zum einen die Haushaltsabfälle. Dazu gehören die sogenannten Wertstoffe, die im gelben Sack landen oder in der Papiertonne. Und dann der Restabfall in der schwarzen Tonne. Aber das ist nicht alles. Das ist das, was wir produzieren. Aber dann gibt es auch noch Industrieabfälle. Weiterhin haben wir Baurestmassen. Das ist der größte Abfallstrom, den wir haben. Also alles das, was beim Bau und beim Abbruch von Gebäuden entsteht. Dann noch Gewerbeabfälle, Sonderabfälle. Also die Spannbreite ist sehr groß. Die ist genauso groß, wie auch unsere Produkte sind. Was genau passiert mit unserem Müll, nachdem wir ihn weggeworfen haben? Nur der getrennt gesammelte Abfall kann auch dem Recycling zugeführt werden. Bei den Verpackungen, bei den Leichtverpackungen geht es halt ins Kunststoffrecycling. Papier geht ins Papierrecycling und dann direkt wieder in die Papiermaschine. Und daraus werden wieder neue Produkte hergestellt. Beim Glas ist es auch so. Dann gibt es den Restabfall und mit dem kann man wirklich nicht mehr viel anfangen. Das heißt, der geht so, wie er ist. Geht der zum Beispiel in eine thermische Verwertung, also in eine Verbrennung. Daraus wird dann immerhin noch Energie erzeugt, die dann in den Haushalten oder in der Industrie genutzt werden kann. Und wie genau funktioniert dieses Recycling und welche Probleme gibt es dabei? Ja, da hat jeder Stoffstrom, jede Art von Abfall so ihre eigenen Herausforderungen. Wir haben bisher ein gutes Recycling erzielt, zum Beispiel bei Glas oder bei Papier. Das sind also Produkte, die aus einem Stoff bestehen. Wo es schwieriger ist, ist es beim Kunststoff. Und das liegt daran, dass Kunststoff gerade bei Verpackungen aus mehreren verschiedenen Schichten von Kunststoffen besteht. Und damit ist es schwierig, das zu recyceln und das wiederzuverwenden. Wenn wir jetzt eine Kunststoffverpackung hätten, nur aus einem Kunststoff, zum Beispiel aus PET, dann ist es wesentlich einfacher, das zu recyceln, da wieder Kunststoffchips herzustellen und wieder daraus ein neues Produkt zu machen. Das heißt, unsere Empfehlung wäre, zum Beispiel bei Verpackungen wirklich möglichst Monokunststoffe, sogenannte Monokunststoffe zu verwenden, also nur eine Kunststoffart, daraus eine Verpackung zu machen. Und dann kann es auch wieder gut recycelt werden. Wie können wir dafür sorgen, dass insgesamt weniger Müll entsteht? Ja, wir stehen jetzt hier vor einer ganzen Menge von Verpackungen. Und das ist uns sicherlich allen schon selber aufgefallen, dass wir davon sehr viel produzieren. Und da überlegen wir uns, überlegt sich aber auch die Bundesregierung, wie kann das weniger werden. Da gibt es jetzt seit diesem Jahr auch eine Vorgabe, eine gesetzliche, dass überall Mehrwegverpackungen zum Beispiel bei To-Go-Lebensmitteln angeboten werden müssen. Das heißt also, dass wir Verpackungen haben, die wir wiederverwenden können. Das Prinzip ist bewährt bei Glas, bei Getränkeflaschen, dass wir die halt dann zurückbringen. Und dieses Mehrwegsystem kann wesentlich weiter ausgeweitet werden, sodass wir eine gute Rücknahme haben und das dann auch wiederverwenden. Wie genau funktioniert Recycling und welche Probleme gibt es dabei? Beim Kunststoffrecycling, wie wir es hier sehen, funktioniert es so, dass die Kunststoffe auf dem Förderband zu der Maschine gefördert werden. Dieser erkennt dann genau, welche Art Kunststoff das ist und sortiert die favorisierte Kunststoffsorte aus. Und Probleme beim Recycling gibt es zum Beispiel bei diesen Produkten hier. Das ist eine Polysterolflasche und die hat einen sogenannten PET-Sleeve, also so eine Schrumpffolie drumherum. Und das Gerät erkennt nun die obere Schicht, also sagt, aha, das ist PET, packt das in das PET-Recycling und der Recycler stellt fest, ich kann damit gar nichts anfangen. Das kommt in den Sortierrest und wird dann nur noch thermisch verwertet, obwohl es ein wertvoller Kunststoff ist, der weiterverwendet werden könnte. Das ist das Problem bei solchen Verbundmaterialien. Für die Abfall-Sortiermaschine muss der Müll außerdem leicht sein. Deswegen sollte man alle Essensreste komplett entfernen. Und am besten ist natürlich, wenn möglich, unverpackte Lebensmittel kaufen und auf Plastik verzichten. Viele Dinge können gar nicht recycelt werden, weil wir die Kapazitäten dafür nicht haben. Doch was genau passiert mit solchem Müll? Etliche Industrienationen versuchen daher, ihr Müllproblem durch Exporte in Länder wie Malaysia oder die Türkei zu lösen. Was das für diese Länder bedeutet, das bespreche ich jetzt im World Trade Center Dresden mit Professorin Edeltraud Günther der Universität der Vereinten Nationen UNU-Flobos. Warum wird unser Müll ins Ausland gebracht? Theoretisch sollte es so sein, dass der Müll dort auch bearbeitet und behandelt wird, wo er entsteht. Das ist das Verursacherprinzip. Jetzt könnte man argumentieren, das muss nicht unbedingt umgesetzt werden, weil es ja durchaus auch Sinn macht, den Müll ins Ausland zu verbringen, wenn dort zum Beispiel die technischen Voraussetzungen bessere sind. Wenn ich das also sicherer für die Umwelt und oder sicherer für die Menschen verarbeiten kann. Tatsächlich ist es allerdings so, dass Müll häufig ins Ausland verbracht wird, weil es dort billiger ist. Wenn wir meistens über Müllexporte heute sprechen, sprechen wir eben über den Teil, der dann unkontrolliert verbracht wird, wo man gar nicht weiß, wohin er geht. Und das sind tatsächlich über 80 Prozent, wenn es um Elektronikschrott geht. Was genau passiert denn mit dem Müll eigentlich, nachdem er ins Ausland gebracht wurde? Ja, es ist unterschiedlich. Idealerweise wird er dort ordentlich verarbeitet. Es werden wieder Rohstoffe gewonnen, die dann wieder in den Kreislauf zurückgehen. Wir wissen aber, dass ein Drittel der Abfälle, die ins Ausland verbracht werden, nicht richtig deklariert sind. Was passiert damit? Einerseits die ordnungsgemäße Aufarbeitung, das ist das eigentliche Ziel. Aber ganz häufig kann das nicht passieren. Entweder, weil die technischen Voraussetzungen fehlen. Oder, und das ist eben ein großer Teil, weil die Produkte nicht richtig deklariert sind. Das wird dann teilweise sogar als Spende deklariert. Und am Ende ist es eben dann doch nur Schrott. Und dann muss man gucken, was man dann daraus macht. Dann werden die Materialien verwendet, aber eben nicht das Produkt als Ganzes. Welche Auswirkungen haben diese Müllexporte in den betreffenden Ländern? Ich fange mal wieder mit den positiven Auswirkungen an. Es schafft Arbeitsplätze. Das Problem ist ja, warum nehmen die Länder den Müll an? Ja nicht, weil die Menschen in Ländern des globalen Südens die Umwelt weniger wichtig finden. Ganz im Gegenteil. Sondern, weil sie einfach darauf angewiesen sind, irgendwie auch ihr täglich Brot zu verdienen. Das ist dann einfach das Problem, dass man dann sagt, wie kann ich das jetzt tatsächlich auch verarbeiten? Oder wie kann ich Bruttosozialprodukt generieren? Und dann sagt man, naja, das sind ja Rohstoffe drinnen. Oder man könnte das Produkt ja noch direkt einsetzen, zum Beispiel in Schulen, wenn es jetzt um Computer geht. Oder um auch Fahrzeuge, die können wir dann noch nutzen. Und wenn man dann eben weiß, dass die nicht mehr funktionieren, dann geht es halt die Kette weiter. Vor kurzem wurde ja ein neues Gesetz verabschiedet im EU-Parlament, was den Export von Müll in andere Länder verbietet. Welche Auswirkungen wird das Ihrer Meinung nach haben? Das Thema ist schon seit vielen Jahren untersucht. Welche Auswirkungen haben ganz klare rechtliche Rahmenbedingungen? Und da denkt man zunächst, dass die die Industrie und die Unternehmen eher blockieren, weil Unternehmen ja frei Ideen entwickeln wollen. Die Theorie zeigt, dass rechtliche Rahmenbedingungen tatsächlich Innovationen auch stimulieren. Das heißt, wenn Unternehmen einen klar abgegrenzten Rahmen haben, in dem sie agieren sollten und der dann auch umgesetzt wird, das ist ganz entscheidend, dann führt das tatsächlich auch zu Innovationen. Das ist die eine Wirkung, die man erwarten kann. Eine andere Wirkung wird sicherlich auch sein, dass uns nur angeregt durch diese rechtlichen Entwicklungen nochmal bewusst wird, dass wir dort eine Ressource haben, die wir dann einfach gehen lassen. Das ist das eigentliche Umdenken, von dem nicht nur ich mir erhoffe, dass es passiert, sondern was eben auch die Parlamentarier sich wünschen. Also Reparatur ist zum Beispiel eins, die Dinge neu denken. Und dann auch, dass man Dingen einen anderen Nutzen gibt. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Das heißt, also was können wir erwarten? Wir können einmal Innovationen erwarten, die tatsächlich dann umgesetzt werden, wo Produkte schon am Anfang so konstruiert werden, dass man dann wieder zum Beispiel Edelmetalle einfacher rückgewinnen kann. Und wir können auch tatsächlich andere Konsumverhaltensmuster erwarten. Wie genau wird dieses Gesetz Ihrer Meinung nach umgesetzt? Wir wissen, dass es sehr schwierig ist, dann Gesetzesumsetzung auch tatsächlich zu verfolgen, weil wir ein sogenanntes Vollzugsdefizit haben. Wer soll das dann kontrollieren, wenn in Hamburg Computer nach Ghana verschifft werden? Soll dann da ein Jurist am Computer stehen, den anmachen? Der geht vielleicht noch an. Wer soll das dann überprüfen? Also meine Erwartung ist, dass es weiter illegale Verbringungen geben wird. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir irgendwann so eine Ressourcenknappheit haben, dass wir die Rohstoffe gar nicht mehr gehen lassen wollen. Und wenn wir dieses Denken schaffen, dass wir Abfall als Ressource verstehen, dann haben wir was erreicht. Was macht ihr schon zur Müllvermeidung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Abgesehen von Joghurtbechern, Folien und Co. gibt es aber auch Müll, der viel kleiner und unauffälliger ist. So klein, dass man ihn teilweise nur unter dem Mikroskop erkennen kann. Mikroplastik. Die winzigen Plastikpartikel haben sich mittlerweile zu einem weltweiten Problem entwickelt und wurden sogar schon in der Antarktis nachgewiesen. Darüber rede ich jetzt mit dem Professor für Hydrochemie und Wassertechnologie, Stefan Stolte, der untersucht hat, wie viel Mikroplastik beim Waschen entsteht. Was genau ist eigentlich Mikroplastik? Mikroplastik ist definiert erstmal als Kunststoff, der wasserunlöslich ist und über die Größe beschrieben wird, dass es nicht größer sein soll als 5 Millimeter. Und wo gibt es überall Mikroplastik? Das ist gerade eines der größten Probleme in der Umweltforschung oder in der Umwelt überhaupt, dass es Mikroplastik eigentlich überall auf der Welt gibt. Es ist egal, ob man Nordpol, Südpol guckt, ob man in die Tiefsee schaut, einfach überall. Sie haben sich ja bei Ihrer Forschung speziell mit der Entstehung von Mikroplastik beim Waschen von Wäsche beschäftigt. Können Sie da ein bisschen mehr über die Ergebnisse sagen? Also unsere Fragestellung war im Prinzip, wie viel Mikroplastik wird wirklich aus Textilien rausgewaschen? Allein für Deutschland sind wir auf Zahlen von mehreren Tonnen pro Jahr gekommen. Und was ist eigentlich das Problematische an Mikroplastik? Die große Problematik liegt eigentlich in der schieren Masse. Plastik insgesamt, was wir so produzieren, das sind über 400 Millionen Tonnen im Jahr, Tendenz steigend. Davon werden etwa geschätzt 4 bis 13 Millionen Tonnen in die Meere gespült. Und das ist erstmal das normale Plastik. Und durch die Prozesse in der Umwelt wird es zerteilt in ganz kleine Mikropartikel. Das große Problem ist, dass wir so viele Mengen, also weltweit so viel in die Ozeane geben und die Konzentrationen immer höher werden. Und die Stoffe selbst nicht biologisch abbaubar sind oder abbaubar insgesamt. Sie bleiben einfach sehr lange in der Umwelt. Wir sprechen hier von Jahrzehnten, Jahrhunderten, die dieses Mikroplastik oder Plastik insgesamt in der Umwelt verbleibt. Weiß man da schon, was das für gesundheitliche Auswirkungen haben kann? Also erstmal die überwiegendsten Auswirkungen sind erstmal auf die belebte Umwelt, würde ich sagen. Mikropartikel an sich sind erstmal per se nicht toxikologisch bedenklich. Aber dadurch, dass sie ins Wasser kommen zum Beispiel und Organismen, die essen, den Magen zum Beispiel verstopfen, ist das ein großes Problem. Aus menschlicher Perspektive sind diese Effekte auch da, also dass man das Mikroplastik über die Nahrung aufnimmt. Aber hier sind dann eher andere Stoffe noch problematisch, die mit dem Plastik quasi rausgewaschen werden. Da sind Weichmacher drin zum Beispiel und aber auch Biofilme, die auf Plastik zum Beispiel wachsen und dass man sich mikrobielle Schadstoffe oder Pathogene reinholt. Was können wir aktiv tun, um die Entstehung von Mikroplastik zu vermeiden? Das ist eine super komplexe Frage, weil hier gibt es ganz viele Hebel und jetzt kann man an ganz vielen Prozessen arbeiten. Zum Beispiel bei der Produktion, dass die Materialien vorweg gewaschen werden, dass man selbst zu Hause die Waschmaschine möglichst voll macht, aber auch Wäsche möglichst wenig waschen. Jetzt kommt eigentlich den wichtigsten Tipp, möglichst wenig Wäsche nutzen. Und eigentlich sind unsere Textilien so ein absolut wertvolles Produkt. Wir können das für Pfennige wenig Euros kaufen, aber eigentlich ökologisch gesehen, was da an Wasserverbrauch drinsteht, an Chemikalienverbrauch, sind das sehr wertvolle Materialien. Das führt zu Emissionen gerade im asiatischen, afrikanischen, südamerikanischen Bereich. Wäre es da aus Ihrer Sicht eine Alternative zum Beispiel auf Baumwollfaser umzustellen? Das war auch die erste Idee. Baumwollfasern sind im Prinzip biologisch abbaubar. Also da hätten wir das Problem nicht. Die könnten in die Umwelt gelangen, würden abgebaut und man hätte das größere Problem nicht, dass sie da über Jahrzehnte bleiben. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel für das Polyester Millionen Tonnen pro Jahr brauchen für unsere Textilien. Und die Flächen sind gar nicht verfügbar, um so viel Baumwolle anzupflanzen. Und außerdem würde das mit einem enormen Wasserverbrauch einhergehen. Gerade im asiatischen und so weiter Bereich ist dieses Wasser gar nicht vorhanden, um so viel Baumwolle zu produzieren. Bei unserer Müllproduktion spielen Verpackungen eine große Rolle. Wir haben ja schon erfahren, dass diese oftmals aus mehreren Materialien bestehen und deshalb schwer zu recyceln sind. Wie man Verpackungen verbessern kann, erfahre ich gleich von Doktorin Christiane Otto. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Verarbeitungsmaschinen und Verarbeitungstechnik. Welchen Sinn haben eigentlich Verpackungen? Es ist ja nun so, dass wir nicht mehr auf dem Bauernhof leben, wo man praktisch sein Lebensmittel direkt selbst sich besorgen könnte, sondern wir leben zu 80 Prozent in Großstädten. Das heißt, wir leben an einem Ort, wo wir uns selbst nicht versorgen können. Das heißt, wir müssen also die Lebensmittel von A nach B transportieren. Da kommen wir mit unserer aktuellen Lebensform nicht drum rum. Und das geht natürlich nur, wenn das Lebensmittel geschützt ist derweilen und dass es verpackt ist. In der Regel ist es eben oftmals auch so, dass schon vor Ort bei der Verarbeitung des Lebensmittels oder bei der Gewinnung das Lebensmittel schon in die Verpackung kommt, über die dann das Lebensmittel auch verkauft wird und an den Kunden abgegeben wird. Deswegen muss die Verpackung vor allen möglichen äußeren Einflüssen schützen. Das kann der Schutz einfach vor Verschmutzung sein, aber das kann auch der Schutz vor Feuchtigkeit oder vor Sauerstoff sein. Deswegen muss die Verpackung eben oftmals eine relativ hohe Dichtigkeit haben, eine gute Barrierewirkung. Dann ist gewährleistet, dass auch das Klima in einer Verpackung über einen langen Zeitraum so erhalten bleibt, dass der Inhalt möglichst lange geschützt ist. Leider ist eben im Aufwand-Nutzen-Verhältnis der Kunststoff besonders gut geeignet, um diesen Schutz zu realisieren. Was ist das Problematische an unseren derzeitigen Verpackungen? Ja, das Problem ist, dass der Kunststoff natürlich, wenn es kein bioabhabbarer Kunststoff ist, nicht verrottet. Und wenn er nicht in ordentliche Stoffkreisläufe zurückgeführt wird, uns eben belastet in der Umwelt. Der Kunststoff ist eine Last und wird natürlich im besten Fall zurückgeführt in seinen Stoffkreislauf und kann bestenfalls wirklich recycelt werden. In der Regel ist es aber leider ein Downcycling, also die Eigenschaften verschlechtern sich. Und man kann es nicht mehr für den gleichen Zweck verwenden. Wie können wir die Verpackungen, die wir derzeit haben, besser machen? Beziehungsweise was gibt es für Alternativen? Das Beste wäre, man könnte auf die Verpackung verzichten. Also man könnte natürlich das Produkt auch entsprechend anders vielleicht gestalten oder Handelswege anders gestalten, dass es vielleicht doch ohne Verpackung geht. Und wenn das nicht funktioniert, also dann hat man immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel den Packstoff zu substituieren, also den ungewollten Kunststoff einzutauschen, zum Beispiel gegen faserbasierte Packstoffe oder bioabbaubare Kunststoffe. Wenn das auch nicht möglich ist, weil diese Packstoffe liefern eben nicht die gute Beständigkeit, zum Beispiel gegen Feuchtigkeit, ja, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf Mehrwegverpackung umzuschwenken. Ist eben auch manchmal nicht effizient, weil die Mehrwegverpackung natürlich gereinigt werden muss und wieder zurückgeführt werden muss. Und bei der Kunststofffolie, wenn ich dann doch sage, gut, es muss Kunststofffolie sein, dann habe ich aber immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel den Materialeinsatz zu reduzieren. Also, dass ich wirklich das Material so dünn wie nur irgend möglich mache und dass man dann eben auf Monomaterial umstellt. Ein Ansatz ist zum Beispiel Makroalgen, die also in Hülle und Fülle anfallen, nutzbar zu machen. Und das hat ein Student, der hier angefangen hat zu studieren, mit großem Eifer vorangetrieben, hat das dann zu einer Industriepromotion weitergetrieben und hat es wirklich geschafft, aus diesen Makroalgen einen Packstoff herzustellen, der sich sogar siegeln lässt. Dieser Packstoff ist natürlich jetzt noch wasserempfindlich, aber es gibt ja durchaus Packgüter, wo genau diese Eigenschaften gebraucht wird, zum Beispiel bei Spülmaschinentabs. Das wäre eben eine denkbare Anwendung. Wo stehen wir denn hier überhaupt? Also, was ist das für eine Maschine hinter uns? Das ist eine Schlauchbeutelmaschine, eine sogenannte Form-Füll- und Verschließmaschine. Das ist eine extrem effiziente Art, zum Beispiel Lebensmittel zu verpacken, weil der Packstoff kommt flachliegend, also der hat kein Leervolumen, nimmt keinen Platz weg. Also wird im Prozess zur Verpackung geformt, befüllt und verschlossen. Und deswegen ist das eine Verpackungsart, die Sie überall antreffen. Also, wenn Sie durch den Supermarkt gehen, gibt es überall Schlauchbeutel. Wir haben hier im Technikum eben zum Glück eine richtige Produktionsmaschine. Und an dieser Maschine können wir eben alternative Packstoffe probieren. Mit alternativ meine ich jetzt materialreduziert oder wirklich aus einem anderen Material, also zum Beispiel faserbasierte Packstoffe oder auch Packstoffkombinationen. Weil die Maschinentechnik ist natürlich für komfortabel zu verarbeitende Materialien ausgelegt. Um dennoch die Technik zu befähigen, mit neuen Packstoffen oder Verpackungsausführungen umgehen zu können, müssen doch zuweilen bestimmte Vorgänge tiefer untersucht werden. Und da sind wir froh, dass wir die Maschine hier haben und können auch die Studierenden sich dran versuchen während des Praktikums. Über Papier statt Plastikverpackungen haben wir übrigens auch schon in der guten Frage zum Thema nachhaltige Ernährung gesprochen. Das Video findet ihr über das i. Wir haben heute erfahren, dass Müll in vielen Bereichen große Probleme macht. Unsere Abfallsortieranlagen scheitern an heterogenen Verpackungen. Das übermäßige Waschen unserer Kleidung sorgt für Mikroplastik in Gewässern. Und der Export des Mülls verlagert das Problem nur in andere Länder. Dabei gibt es auch vielversprechende Lösungsansätze für diese Herausforderungen. Recyclbare Verpackungen aus Monomaterialien sowie neue Regulierungen für den Müllexport und ein Recht auf Reparatur. Aber auch wir können etwas tun. Etwa, indem wir schon bei der Entsorgung unseres Abfalls ans Recycling denken und so sorgfältig wie möglich trennen. Es ist außerdem sinnvoll, unsere Kleidung seltener zu waschen und länger zu tragen, bevor wir sie ersetzen. Und was natürlich immer gilt, Müll, so gut es geht, vermeiden. Das war die zehnte Folge der Guten Frage. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. In der Endcard findet ihr die letzte Folge zur Schule der Zukunft und darunter ein weiteres Video von unserem Kanal.